Zusammen als Familie Zeit verbringen und auch will sie es genießen. Ja, das war auch so richtig, die Realität sieht aber nicht ganz anders aus. Kleine Gäste, normalerweise die Hälfte der Familie, kleine Riechen zu definieren, die für die Körner und auch für die Alte regeln. Für so schweren die gemeinsamen Momente nicht vom wesentlichen Auflängen zu lassen. Stell doch dir gemeinsam mit ihrer Körner Riechen ab. Er geht's mit einem guten Beispiel 4.